Hallihallo, hier ist mal wieder CuraZoo. Wir sind zurück ins Stadio Rally. Wir haben ein bisschen Staubis gejagt, brauchen immer noch jede Menge, genauso wie bei diesen Holzpilz. Wobei warum will ich laufen? Wir können hier schnell reisen. Bus Stop, bitte. Danke. Ja, also wir müssen noch einiges, einiges am Monster jagen. Zieht sich, denke ich, noch ein bisschen hin. Aber wir können schon mal unsere Beute ein wenig weglagern. Müssen wir nicht schon die ganze Zeit so rumschleppen. Also, sehr schön. Ansonsten ist irgendwas fertig geworden. Scheinbar nicht. Okay. So, Tierchen sind wieder drin. Jupp. Dann machen wir wieder zu. So, ich geh mal rein bei den Slimes. Guck mal, wie es da so aussieht. So wie immer. Gut. Was mir auch vorstellen kann, ist, dass man vielleicht neue Slimes züchten kann. Sprich, wenn man grün und blau hat, dass man so ein mittel Ding dadurch entsteht, sozusagen neue Farmen erstellen könnte damit. Das wäre irgendwie interessant und cool. Also, ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Bettchen. Jo. Gute Nacht. So. Ganz schön viel Geld wieder. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ich will nicht wissen, wie viel wir bekommen. Oh, warte mal. Tag 20. Sommers. Im Jahr 2. Wie viel bekommen wir jetzt den ganzen Käse und Mayonnaise verkaufen? Will ich gar nicht wissen, ey. Ah, wir haben ja 50.000 voll. Sehr schön. So. Nichts Neues im Fernseher. Wir haben wieder Mais. Okay. Wieso renne ich immer mit Schwert übers Feld, ey? Ach, schon ordentlich langsamer, ey. So. Dann wollen wir auch wieder Hopfen. Das geht auch ganz oft hier fertig. Das ist eigentlich ganz nett. Sollte ich mal auf das anpflanzen? Dann haben wir wieder diese antike Frucht. So, ob man die gut ist. So, hier haben wir alles Mais mal ruhig geerntet, ne? Ja, hier haben wir die Mais mal geerntet. So, raus der. Äh, du und du und du und du und ich mach mal so eine antike Frucht. Mach ich einfach mal ganz frisch rin. So, also und du. Also Weizen hatten wir ja jetzt nicht. Hatten wir diesmal nicht. So. Wie sieht's aus, Leute? Seht immer noch klein. Och, Menü. Wird doch bitte endlich mal groß, hä? Möchte ich denn Dinge mit euch tun. So, wir haben wieder kein weißes Ei. Nein, nicht essen. So. Mal überlesen, nicht die Axt. So, eine Axt da drinne. So. Denk mal nach. So. Ich wollte gerade fragen, fehlt hier nicht eine Kuh? Aber da oben ist sie. Jetzt hatte ich schon kurz Angst. Seht immer noch die kleinen Tierchen. Immer noch Baby. Okay. Dann lass ich euch. Nein, nicht die Milch trinken. Mensch. Frag mich doch ständig nicht sowas hier. Unmöglich. Unmöglich sowas. So, Pizze. Jetzt hör auf ständig zu fragen, ob ich das Essen für ein Mensch. Ich hab ja echt abgekündigt sein, hier zu klicken. Einfach nur lästig sowas. So. Dann lassen wir die Tierchen... Dann lassen wir... Genau. Die Tierchen auch mal raus. Also entweder ich müsste dann so mal Bäume stützen, oder ich überleg mich dann Tabas wieder dran zu machen. Und wir ein bisschen wissen was davon haben. Achso. Achso. Da rein. Gut. Gut. So, ich möchte nicht mit dem Monster hier haben. Aber ich wüsste echt nicht, was ich sonst noch groß machen sollte. Oh. Doch, doch. Doch, 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 doch. Ich muss ja noch weiter ausbauen, damit ich ein Schweinchen bekomme. Und damit ich endlich einen Trüffel kriege. Also ich kann so irgendwo Trüffel kaufen, aber ich wüsste jetzt nicht wo. Außer vielleicht bei dieser einen besonderen Händen, die manchmal ein Süden ist, bin ich mir aber auch nicht sicher, ob die sowas hat. Deswegen hole ich mir lieber eigene Schweinchen. Die bringen bestimmt noch was anderes, außer Trüffel, hoffe ich jedenfalls. Bei, was soll es noch geben von Schweinchen, außer vielleicht Speck, aber ich glaube nicht, dass wir Tiere schlachten können. Was natürlich für ein spätere Spielerweiterung vielleicht nur interessant wäre, aber nein, jetzt erstmal nicht. Kopf, Bahn, Silo, Schatz, Deluxe, Kopf, okay. Warte mal, das Kamsul Autofit System, okay, da bekommen wir die Hasen, da bekommen wir die Hasenpfote und hier Schafe und Picks. Okay, warte mal, wir brauchen Schafe wegen der Wolle und wir brauchen Schweinchen wegen, ne? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Könnten wir uns eigentlich holen? Wollen wir direkt? Das bräuchte ich dann auch. Könnte man theoretisch uns auch leisten. Ne, zum Zug gehen wir jetzt nicht, habe ich keine Lust. Fallen wir mal ein paar Gegenstände runter und das lohnt sich meist nicht. Also jedenfalls habe ich bis jetzt so die Erfahrung gemacht. Wenn da ständig irgendeine Gegenstände runterfallen würde, okay, ja klar, dann gerne, aber... Moment. Hm, leben. Ähm, also was wollen wir jetzt holen? Richtig. Holz und... Hat ich nicht gerade irgendwo hier? Doch. Ungebiet in den Holz. So, Holz und Stein, damit wir hier mal wieder upgrade können. Wir ziehen es durch jetzt hier mit dem Upgrade, würde ich sagen, ne? So, gehen wir jetzt wieder da lang. Jetzt kann ich mal den selben Weg gehen, ne? Bisschen Abwechslung im Leben bringen. So. So. Ich bin eröffnet, dass sie da noch da ist, aber ich denke, ja. Samstags hat die Kürze auf. Oh, der geht schon weg, das ist ein schlechtes Zeichen. Döger da zu. Wir, ich war nicht mittel. Brav. So. Ähm. Der Stivel. Das sind zwei Sachen, die wir gleich kriegen, würde ich sagen. Bild. Äh. Daraus. Reicht das? Ja. Da geht schon das Geld runter. Ein schönes Geld. Ein schönes, schönes, schönes Geld. So. Ähm. Ja. Was muss das, würde ich mal sagen? Da haben wir auf jeden Fall Schafe und Schweine. Ähm. Jetzt überlege ich mir, was ich, wie viel ich mir hole. Jeweils zwei, würde ich sagen, oder? Schaffen wir das? Vom Platz her? Warte mal. Wir haben jetzt was gehabt. Zwölf Tiere. Also, wir haben vier Kühe und zwei Ziegen sind. Sechs. Sechs. Wir können dann, oh. Wir können uns mehr holen. Wir können jeweils drei holen, theoretisch. Das ist die Frage, brauchen wir das? Brauchen wir so viele Schafe? So viele Schweine? Schweine macht vielleicht Sinn mit dem Trüffeln. Ich weiß nicht, ob wir wirklich so viele Schafe brauchen. Ich weiß nicht, ob die Wülle so wertvoll ist. Ich wüsste nicht, 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 nicht viel damit anzufangen. Muss ich mal so sagen. Gut. Das haben wir dann. Sehr schön. Ähm. Ich vergesse immer wieder Diamanten runterzubringen zu der anderen Dame. Obwohl ich mal schauen müsste, was ihr anderes liebstes Geschenk ist. Ähm. Irgendwann gehen mir die Diamanten aus. Obwohl, wir haben ja diesen Kopierding. Apparello da. Genau. Oh, okay. Ich brauche so viel Ridium und sonst was. Würde ich gerne noch ein bisschen drauf verzichten. Weil Ridium-Springler und so. Würde ich gerne dahin investieren. Wenn wir dann so weit kommen. Ich glaube, Sommer ist nicht mehr so lange. Dann haben wir es vielleicht für den Herbst und dafür den extra Ridium-Springler. Hm. Für die Jahreszeit. Macht vielleicht auch wenig Sinn. So, kann ich aber schenken? In der Woche nur zwei Geschenke. Okay. Das heißt also, diese Symbole da nehmen. Alles klar. Dann ist es nicht schlimm, dass ich es vergessen habe. Man darf hier nur zweimal in der Woche schenken. Das heißt, übermorgen kann ich wieder. Okay. Das klingt doch gut. Das klingt vernünftig. So, dann muss ich mir wieder ein bisschen Holz holen. Ich habe wieder ganz viel Holz ausgegeben. Bei unserem Wohnhaus wollen wir ja auch noch irgendwann ausbauen. Das kostet auch noch mal jede Menge Holz. Und jede Menge Geld. Gut, Geld ist momentan ja eigentlich ganz gut am Laufen. Wenn wir jetzt momentan auch sehr viel davon ausgeben. Ich glaube, da fällt die falsche Richtung, ne? Ja. Na, super. Aber, egal. Ja, also, Geld ist momentan wieder ein bisschen wenig. Aber, ich denke mal, das kriegen wir schon. So, wieder ein bisschen Holz weg. Für die, die übrigens meine Facebook-Seite noch nicht kennen, die ist unten in der Videobeschreibung, könnte in nächster Zeit wichtig werden. Und da ich recht bald in den Urlaub fahren werde, meine Eltern wieder ein bisschen besuchen, werde aber diesmal ein wunderschönes Ferienhaus mich einnisten für die Zeit. Und da ich meine Eltern so ein bisschen lasten möchte, und da ich mir einfach denke, könntest du dir mit deiner Freundin mal einen schönen Urlaub in einem Ferienhaus. Ähm, und da ist ja eine Brandenburg, kann man sich vorstellen, dass es eher was Ländliches ist, was Gemütliches, was Ruhiges, was, äh, ja, so schön am See ist das auch, muss man ja so sagen. Ähm, mit Bötchen und allem. Also, ich hab da was, was, was ganz Schnuckliches für uns rausgesucht, wenn man so möchte. Und, ja, da freuen wir uns eigentlich schon alle riesig drauf. Also, wer immer aktuell da sein möchte, sollte man Facebook-Seite liken, denn dort schreibe ich, wann ich in Urlaub bin. Äh, also, noch, das hab ich nicht, glaub ich, oder hab ich schon, ich weiß es gerade gar nicht, wann diese Aufnahme und so. Also, weil, beschrieben ist es dir schon, wann es veröffentlicht wird, weiß ich jetzt noch nicht. Können schon dastehen. Naja, like dir einfach mal die Facebook-Seite, dann seht ihr es ja. Ähm, ja, weil dann seit dem Up to 8 auch, äh, falls es während des Urlaubs irgendwas sein sollte, irgendwelche Aufnahmen nicht kommen können oder anderes, seid ihr da informiert. Und ich hatte ja vor einiger Zeit auch einen Post, dass ich in einem Turnier teilnehme, in diesem Post muss ich dann da, äh, ja, zurückziehen, da. Ja, vom Turnier Teilnehmer, leider ein bisschen was schiefgelaufen ist, heißt nicht, mein Video wurde hochgeladen, sondern ein anderes. Der hat auch hier Geburtstag, cool. Äh, kann man, kann ich in anderen Monate reinschalten, schade. Ähm, der steht dann jedes Mal da, wenn ich einkaufen will. Vielleicht auch, weil ich immer um die selbe Uhrzeit erkomme, einkaufen will, das kann das auch sein, aber ne. Ähm, was ist denn, ich würde das gerade tingeln. Ja, gut, ist bald, äh, ne, Bett geht Zeit für hier. Oh, ich hab ein paar Kekse. Also, ich wollte wirklich jedenfalls auch kochen, so ganz einfache Sachen. Und, das ist ein Verkaufen, freier nach dem Motto, äh, macht bestimmt gut Geld, ne. Schauen wir mal. Ich schau mal. Ich meinte, das hier mal so, so mit dem einfachsten zu kochen sein, ne, das machen wir mal weg. Das sind auch viele Zutaten. Potato und Oil. Oh, 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 Müssen wir erst herstellen. Bratuffeln könnten wir recht schnell kriegen. Vier mal Karpfen. Hm. Hier haben wir jetzt auch nicht unbedingt Pizzas, ein bisschen viele Zutaten genauso wie das. Ja gut, aber bestimmt, Fisch, das sind auch mal ein bisschen doof. Hm, dafür müssen wir erst mal Brot machen. Ähm. Hm, 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 hm. ja gut, das war immer mal ganz gut haben wir das nicht hier? ne, haben wir nicht Winterroots und Cave Crawl, die findet man so oder so die Schocken haben wir jetzt nicht unbedingt aber jetzt auch nicht unbedingt gibt es schon immer nix, was man so mit Kleinigkeiten machen kann schade eigentlich hier ist das hier in diesem komischen wo haben wir den? na, nicht so schnell diesen Field Snack, glaube ich das ist das eine, was da in die Richtung gehen würde das ist der einzige Totem, der mir irgendwie also, activate to greatly increase the chance for Rain Demo ach, ein Ring-Totem ist wirklich was, was Ring erhöht oh, oh, schön ist das hier ok so also, warum bin ich interessiert? hab ich eigentlich noch Pony's Bait hm ah, wir wollten noch gucken wegen dem na, jetzt brauchen wir eh nicht gucken weil hier wird er dann ausgebaut sind die hier schon drin, ne? ja, sind sie, ok machen wir mal zu ist sie schon mhm, mhm, arbeiten, nö das Ring wird's auch mal größer, ey so, ähm, ansonsten, was machen wir heute noch? ich glaube nichts, wir gehen mal ins Bettchen, würde ich sagen gibt nix mehr groß zu tun, auch wenn wir Energie haben, aber was soll man schon groß tun? so, gute Nacht naja, ein bisschen Geld zwischendurch wieder brauche ich natürlich mehr, aber naja Tag 21 des Sommers im Jahr 2 oh Gott oh, es regnet den Monat haben wir dann auch bald geschafft oder Jahreszeit, nicht Monat was Neues Pink Cake uh was brauche ich für einen pinken Kuchen? Melon Funktion okay pump es regnet, es regnet die Erde wird nass ich ernte Hopfen denn das macht Spaß oh, jetzt weiß ich, warum das Oizen nicht wächst, weil ich gieße es nicht ich ein nettes Genie oh, ich bin jetzt auch richtig wieder, ey geht ab hier, Mann so, ein paar Tomates und wieder verschiedene Mais und wieder da muss man echt hier aufpassen, wo reif ist und wo nicht oh Gott da? ne hier anscheinend auch nix okay oh, wir haben wieder was fertig Kaktus Fruit Wine okay ähm ja oder brauchen wir einen Wein? warte, ich weiß gar nicht, brauchen wir einen Wein für den einen? aber ich habe jetzt Organized gedrückt ich steppe ähm ich weiß, irgendwo brauchen wir, aber wir hatten schon einen Wein reingemacht okay, dann brauchen wir jetzt keinen Wein aber das ist klar ähm ja ist natürlich jetzt nicht wirklich so sortiert, wie ich es gerne sortiert hätte das würde ich sagen, verkaufen wir so so und wir haben einen Brief, was ist denn los? don't ask me why okay, ich frage nicht wenn schon jemand sagt, bitte frag nicht, dann fragt man auch nicht nö, das weiß man ja so nehmen wir mal an lassen wir drin liegen und wir haben es nicht rumgekommen so gehört sich's so nein, kleine Spaß am Rande ähm so Papi Honey nehmen wir mit was geht hier ab? wieder kein weißes weißes, weißes, weißes Ei was wollen das? Mädels so geht es nicht weiter mag, mag Jensen auch noch nicht erwachsen hatte ich hier schon geklickt na gut, wenn du da so reagierst denke ich mal, ja so ähm ich brauch Geld ich brauch Geld ich nehme mir jetzt mit und verkaufe verkaufe, verkaufe, verkaufe weil ich mich frage, kann ich mir die Tierchen auch verkaufen? kann man die züchten und dann irgendwann sagen nö ich mag die nicht mehr nimm Dose wär cool bei züchten kann man ja das haben wir hier ups Entschuldigung bist du zu jung? ich weiß ich wollte das nicht das wäre ein Unfall so Robin ist fleißig am Handwerken hier so muss das eh, dann muss er ja was tun ich tue ja nur faul hier rumhängen das ist meine Farm meine Farm darf ich voll rumhängen so ich wollte das mitnehmen aber das bleibt hier ähm dann machen wir dann machen wir auf wenn wir zu essen können schauen hier unten mal nach da ist was zum einsacken dann züchter zu Pilze könnten mal gucken könnten wir auch wieder verkaufen Pilze brauchen wir auch nicht für wirklich irgendwas jedenfalls wüsste ich nichts verkaufen wir mal wir waren mal hier wieder ein bisschen nö bisschen Geldraum nicht so wenig hätte aber ein bisschen mehr kann ja nicht schaden so Pilze, Pilze, Pilze du, 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 du na, jetzt gehen wir jetzt auch noch mal weg so das dürfte dann morgen ganz schön für Geld so so ich habe gesehen davon, dass wir jetzt ganz viel Geld gemacht haben was machen wir denn jetzt wollen wir da ein bisschen jagen gehen ich würde sagen ja weil uns haben wir ja nicht viel zu tun jetzt hier im Sommer wir haben alles geangelt bei den Tieren müssen wir warten, dass die groß werden bei der Gebäude müssen wir warten, dass die ausgebaut ist Geschenk können wir nicht geben müssen wir bis nächsten Tag warten ja gerade wird da mal genug gefarmt läuft überraschend gut ist die noch nicht da oder kommt die heute nicht ja gut ist Sonntag, ich glaube da kommt sie nicht ist auch okay ich werde mich jetzt eh nur annippen die kann ja gar nicht kommen, weil sie bei uns arbeitet das ist jetzt wieder mal Genius so, okay ups so Grape so, was wollen wir denn handen, ist die Frage was wollen wir handen ich würde sagen, nochmal Staubis, oder? davon brauchen wir noch so viele fast 150 Stück sind zwar jetzt mal Rudeltiere aber so liegen jetzt sind es drei wenn man überlegt, ich brauche 150 also fast 150 haben wir jetzt keinen Riesengewürgen gemacht aber besser als nix besser als nix irgendwann haben wir auch das geschafft ach, verpiss dich doch, du Flemmos oder ich verpiss mich hüüü es ist mir ein bisschen zu früh zum runtergehen hier könnten mal Staubis sein bevor wir das ja rausfinden würde ich sagen, machen wir einen kleinen Aufnahmestopp sind ja schon wieder rein schon fast über der Zeit ich hoffe, euch hat die Folge gefallen falls ja, lasst doch gerne einen Daumen da oder einen Kommentar würde mich riesig freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute bis dahin Tschüss Tschüss Tschüss